Mit über 50 Prozent, 50,4 Prozent für 99 Luftballons, 50,4 Prozent für Lena. Das war ein Hofknick, sag mal. Du musst mich, glaube ich, setzen. Du musst dich setzen. Ich war so abgesprochen. Na gut, dann setzen wir uns. Dann setzen wir uns. Das ist so ein schönes Anfangsbild, was der Pit Weyrich sich ausgedacht hat. Das werden Sie gleich sehen. Das ist die Goldene Eins. Heute Abend, bitte keine Angst, in Dortmund, in der Westfalenhalle und in der Umgebung. Die sind heute Abend tatsächlich noch da, nicht? Denn ihr fahrt von hier aus direkt aus dem Studio raus nach der Nummer Eins-Präsentation in Richtung Dortmund. Ja, wir haben es tierisch eilig. Also der Flieger geht um Viertel nach Acht. Schaffen wir das? Ja, dann fangen wir an. Also tierisch eilig haben Sie es mit 99 Luftballons. Lasst Sie fliegen. Das ist Ihre Nummer Eins. Hier ist Lena. Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons. Auf ihrem Weg zum Horizont, denkst du vielleicht grad an mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons. Und da ist sowas von sowas bald. Woo! Musik 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 99 Luftballons, ihren Weg zum Horizont Hielt man für UFOs aus dem All Warum schickte ein General Mit Fliegerstaffeln hinterher Alarmvergebung, wenn zu wär Dabei waren dort am Horizont 99 Luftballons 99 Kriegsminister, Streichholz und Benzinkamister Hielten sich für schlaue Leute Wir taten schon fette Beute Riefen Krieg und Wolkenmacht Man, wer hätte das gedacht Dass es einmal so weit kommt Wegen 99 Luftballons Wegen 99 Luftballons Wegen 99 Luftballons Wir taten schon fette Beute Wir taten schon fett Beute 99 Jahre Krieg Ließen keinen Platz für Sieger Kriegsminister gibt's nicht mehr Und auch keine düsen Flieger Heute zieh ich meine Runden Seh die Welt in Trümmern liegen Hab'n Luftballon gefunden Denk an euch und lass ihn fliegen Vielen Dank Ihre Nummer 1 Das war Nena Gute Fahrt zum Flughafen Tegel Guten Flug Und weiterhin eine erfolgreiche Tournee Servus Tschüss